Am Dienstag haben wir es in Deutschland über der Südwesthälfte mit einem Regenband zu tun, während es im Nordosten doch deutlich freundlicher aussieht. Und das schauen wir uns gleich mal hier auf dem Wolken- und Niederschlagsvorschaufilm an. Hier liegt dieses Regenband so diagonal über Deutschland. Da regnet es teilweise länger anhaltend und kräftig an den Rändern. Also zum einen hier auf der Ostseite, aber auch hier im äußersten Westen, Südwesten. Da sind auch einzelne Gewitter möglich, während es hier im gesamten Nordosten, also etwa östlich der Weser und der Elbe, doch ziemlich freundlich aussieht. Das sehen wir auch hier bei den Sonnenstunden. Hier im Nordosten haben wir acht bis zwölf Sonnenstunden. Hier so etwa acht Stunden am Nordrand dieses Regenbandes. Und innerhalb dieses Wolkenbandes haben wir zum Teil gar keine Sonne wie in Bayern oder maximal vier Stunden wie im westlichen Rheinland-Pfalz, wenn so ein bisschen die Sonne durchkommt. Und hier sehen wir auch diese einzelnen Gewitter, die am Nachmittagabend etwa so von der Eifel bis zum Südschwarzwald, aber auch im Vogtland auftreten können. Ansonsten hier der länger anhaltende Regen und im Nordosten eben der freundliche Sonne-Wolken-Mix. Hier auch mit 24 bis 27 Grad recht warm, sommerlich auf jeden Fall. 20 Grad etwas frischer an der Nordsee, trotz des freundlichen Wetters. Und unter den Wolken haben wir nur 18 bis 23 Grad. Fühlt sich leicht schwül an. Zum Mittwoch sieht es ähnlich aus. Da kommt dann im Tagesverlauf aus Südwesten ein neues Regenband. Da sind auch Gewitter mit dabei. Nach wie vor hier im Nordosten die freundlichste Ecke Deutschlands mit Temperaturen, die noch einen dicken ansteigen. Bis zu 28 Grad sind dann teilweise in Brandenburg möglich. Ansonsten in Süddeutschland wieder so um die 20 Grad. Also da ändert sich nicht viel. Ja und auch der Donnerstag, der bringt nicht wirklich eine große Wetteränderung. Außer, dass es dann auch hier im Nordosten von Osten her wieder unbeständiger wird mit Regen, mit einzelnen Gewittern. Dafür zeigt sich hier im äußersten Südwesten wieder mehr die Sonne. Und bei den Temperaturen gleicht sich das Ganze ein bisschen an. Nur örtlich noch 28 Grad.